Freunde, ich stecke in der Klemme und es freut mich, denn hier leisten wir Gesellschaft. Herzlich Willkommen! Und ich darf euch einen neuen Gast vorstellen, nämlich den Robots and Bricks. Servus. Hallo Markus. Servus. Dich kennt man vielleicht der ein oder andere vom Discord, zum Beispiel von den Customs. Ja, dort bin ich auch dabei. Dort bist du aktiv, sogar mehr als ich. Ist nicht schwer. Na einfach. Und vielleicht auch ab und zu in den Chats bist du dabei. Genau. Richtig. Und auch ein gern gesehener Gast bei mir in der Klemme. Im Sommer war das glaube ich, hast du dir dieses Set geholt. Da war es verbilligt. Ja, das war, wie ich das erste Mal bei dir war, das Set, auf das ich zugesteuert bin. Damals war es preislich leider noch. Ja, gleich wieder weggesteuert. Richtig. Aber ja genau, da war da eben eine 25% Aktion oder so. Da kann man da mal zuschlagen und ich bin froh und dankbar, weil ich habe schon damit gerechnet, dass ich das bis in die Pension mitnehmen werde. Aber dem ist nicht so. Was haben wir hier überhaupt? Ja, das ist ein Modell vom größten derzeit schwimmenden Schiff, der Pioneering Spirit. Das ist ein Spezialschiff für das Wegräumen und Herstellen von Ölplattformen eigentlich. Okay. Also man kann sagen, ein schwimmender Gabelstapler eigentlich. Ja. Ja. Beeindruckend in seinen Dimensionen. Der Käpt'n selber spricht davon von einer schwimmenden Insel und nicht von einem Schiff. Ja, kommt hin wahrscheinlich. Ja. Das Set jetzt ist von Slowbahn. Das ist Slowbahn, ja. Leider Slowbahn alt, muss man sagen. Ja. Ja, gut. Aber dazu kommen wir noch. Das heißt, hier haben wir jetzt ein Schiff, das im Prinzip in erster Linie Ölplattformen am Stück abtransportiert? Am Stück, genau. Die Idee war die, dass das Abbauen von Ölplattformen, die ja sehr schnell in die Jahre kommen, einfach sehr gefährlich ist, weil die müssen zerlegt werden, damit sie auf Schiffe passen, auf normale. Und die Idee war jetzt die, in den Gabelstapler drunter zu schieben, das Ganze abzusägen, aufzuheben, Land zu führen und dann dort gemütlich zu zerlegen. Okay. Und das kann man mit diesem Schiff machen. Okay. Mittlerweile sind Sie damit eh auch recht gut beschäftigt. Anfangs war das eher, was war das, Pipeline-Verlegungsschiff? Eigentlich war es schon dafür gebaut, dass es diese Sachen wegräumt. Okay. Aber das ist halt nicht das Tagesgeschäft. Sagen wir es mal so, das ist jetzt auch nicht so, dass es dauernd passiert. Und deswegen haben sie es quasi als Nebenleistung Rohrverlegung, Pipeline-Verlegung, zum Beispiel die Nord Stream 2, dort war es beschäftigt. Die Firma, die Firma Allsees, ist eine Schweizer, schweiz-niederländische, glaube ich. Schweizerische. Die ist ja spezialisiert auf solche Spezialeinsätze auf See. Genau, so Offshore-Company. Vielleicht wollen wir da noch kurz eingehen. Das Schiff ist früher anders. Ja, Peter Schelte, glaube ich. Genau, nach dem Vater vom Gründer der Firma. Genau. Der dürfte dann ein bisschen mit der deutschen Geschichte in Konflikt gekommen sein. Ja, sagen wir es mal so. Jeder hat einen Papa oder Opa, der bei der SS mal kurz war und nie was er so gehört hat. Ja, in dem Fall muss man natürlich sagen, der hat dann desertiert und hat dann auch wirklich bei dem Widerstand in den Niederlande gekämpft. Dennoch heikel. Haben wir es dann umbenannt. Wenn man schon mit Ölplattformen zu tun hat, was ja an sich schon mal nicht so toll ist, und dann auch noch irgendwie Verbindung mit der SS hat, dann ist das nicht so geil. Ja, gerade die Schweizer sind da recht vorsichtig auch. Ja, das stimmt wohl auch. Ja, das sieht es wohl sein. Wir haben hier einen Doppelpuck. Weißt du nicht, ob man das sehen kann? Wer wird das Schiff dann noch drin? Ja, vielleicht. Vielleicht kann man das jetzt gleich. Also es ist kein Katamaran. Es ist ein Vollrumpfer mit einem Schlitz vorne drinnen, wo eben diese Ölplattformen einfahren. Also das Schiff fährt quasi mit diesem Doppelpuck um die Ölplattform. Dann werden über diese Mechanismen hier wird das angehoben. Das sind quasi so Hebestempel und das Gitter bleibt einmal stehen. Der Gittermast bleibt im Wasser stehen und der kann dann mit dem hinteren Teil hier auf einen zweiten Schwung sozusagen abtransportiert werden dafür. Wenn wir das jetzt schon draußen sehen. Es hat auch das Modell durchaus seine Maße. Mal schauen, dass wir da drinnen bleiben. Ja, also das wird dann sozusagen aufgekippt. Und zwar ganz. Und an dem kann man dann den Gittermast hochziehen sozusagen und umlegen und abtransportieren. Ja, nachdem das Zeug ein bisschen wiegt. Wir reden hier von Ladekapazitäten von 48.000 Tonnen auf der Seite. Und 22.000 Tonnen auf dieser Seite. Ah ja. Und trotzdem schwimmt das Ding. Und trotzdem schwimmt das Ding. Ja, es gibt fantastische Videos auf der Seite, auf der Webseite von Allsys. Die sind erstaunlich offen, was das angeht. Das Schiff geht nicht mal in die Knie dabei. Also man merkt es nicht. Also ich glaube gelesen zu haben, irgendwo die maximale Verdrängung ist über eine Million Tonnen. die es haben kann, wenn es wirklich voll im Wasser liegt. Ja, einfach ein Schiff der Superlative im Prinzip. Absolut. Okay. Und dieses Projekt, wenn es stimmt, was ich gelesen habe. Wie gesagt, ich habe leider niemanden interviewt, der damit beschäftigt war. Dann läuft dieses Projekt seit 2000 mit der Registrierung sozusagen, mit der Zulassung. Und 2011 haben sie dann letztendlich zu bauen begonnen. 2014 ist es vom Stapel gelaufen. Anfang 2015. Genau. Wahnsinn. In Korea ist es gebaut worden. Und ist dann überstellt worden nach Rotterdam. Und ich glaube im Moment ist es irgendwo in Malta zugelassen, glaube ich. Okay. Das mit der Zulassung ist ja bei Schiffen. Wahrscheinlich aus steuerlichen Gründen. Wird schon seine Gründe haben. Irgendwo muss man ja ersparen. Das hilft ja alles nichts. Kommen wir jetzt zu dem Set als solches. Also zu dem Remba-Stein-Set von Sluban. Sluban hat ja einen Ruf. Und der ist nicht unbedingt der beste. Ähnlich wie ich und mein Laden. Ich habe auch einen Ruf. Nicht den besten. Aber wie ist es dir gegangen? Ja, ja. Also zwiespältig möchte ich sagen. Ich habe, wie ich angefangen habe damit, habe ich mir gedacht, noch. Da reden alle immer so über Sluban. Ich habe noch nicht so viel Sluban gebaut vorher. Das ist ja gar nicht so schlecht. Also wie ich den Rumpf gebaut habe. Es war von der Anleitung her nicht ganz ideal, weil... Ups. Man sieht jetzt hier, wozu ich später kommen werde. Hier unten, wo das Heck hinauf geht, das ist halt ein bisschen Anleitung so, dass wenn man dann der Druck ausübt, bricht das natürlich runter. Also da muss man einfach schon ein bisschen gelmbarsteine Erfahrung mitbringen, dass man weiß, wo man gegen hält. Ich habe mir dann teilweise Stützen darunter gebaut. Aber wenn es dann mal zusammen ist, dann hält es eigentlich super. Bis zu dieser grünen Ebene hier. Okay. Also der Rumpf als solches ist kein Problem. Genau. Das sind ja auch eher, sag ich mal, Grundsteine, großflächige Platten etc. Da kann man nicht viel verschwommen. Genau. Also auch von den Steinen her. Also ich glaube im Rumpf sind vielleicht 30 verschiedene Steine verbaut. Der Rest. Der Rest. Viele davon. Die einzige Herausforderung beim Rumpf war eigentlich die Anleitung, weil die zeigt immer das ganze Ding. Und das ist dann halt irgendwann einmal sehr winzig klein. Und man kann kaum erkennen, wenn dann doch irgendwo ein 1x2 Plate verbaut wird, dann findet man die auf dem Bild eigentlich nicht wirklich. Also da muss man relativ kreativ mitdenken, sag ich einmal. Okay. Dass das funktioniert. Ja, das haben leider manche Hersteller. Wangi hat das zum Beispiel auch, wo du dann irgendwie einfach fast eine Lupe brauchst, sodass du sowas erkennst. Das ist halt bei denen so. Ich weiß halt das. Ja. Also Gott sei Dank beim zweiten Teil der Anleitung ist es besser. Also da gehen sie dann wirklich auf die Details ein. Okay. Da ist dafür dann die Steine. Glemmkraft wird jetzt hier zur Challenge, sag ich einmal. Die Aufbauten als Sorge ist mein Hammer.de. Da habe ich schon gesehen, bei dem Kran sind eher suboptimal. Richtig. Weil die stehen auch teilweise damit halt der Kran doch drehbar ist auf einer Noppe und so. Und das... Ja, das liegt dann auch ein bisschen an der Natur der Sache. Das hier scheint aber ziemlich... Das ist ein Ziegel. Okay. Wahrlich. Also das ist voll gebaut. Warum auch immer. Vielleicht um die Teile anzeigen und auch ein bisschen in die Höhe zu treiben noch. Ähm. Die Fenster hier. Und das ist alles beklebt. Ja. Also um jetzt nicht in den Jargon... Du schimpfst immer, wenn man YouTube aus dem Hohen Norm zitiert. Darum sage ich, es ist kein Sticker-Seuche. Es ist eine Picker-Pandemie. Ja. Das stimmt tatsächlich. Ähm. Ja. Aber in dem Fall braucht man es sogar. Ja. Weil sonst hast du einfach nur einen weißen Block. Und wie schaut das drauf an? Das schaut nichts gar. Ich habe es zuerst stehen gelassen und dachte, nein, du hast das nicht drauf. Und dann dachte ich, nein, eigentlich ist... Und es schaut schon gut aus. Also das muss man sagen. Die Pickerl sind doch durchaus von guter Qualität. Also da kann man jetzt nicht meckern. Sie sind teilweise sehr genau für die Position. Also man muss wirklich aufpassen, was bitt man wohin. Und es gibt leider dafür keine Anleitung. Das heißt, man muss da eigentlich die Schachtel bemühen. So. Haben wir da irgendwo die Sticker? Ja. Also einmal. Hier wird schön geschrieben, wo welcher Sticker hinkommt. Also da ist halt eben das Schiffsteil. Aber das war es dann auch schon. Trotzdem muss man halt dann sich Bilder raussuchen oder die Packung da anschauen. Das kommt dann ein bisschen raus. Das ist dann ein bisschen der monotonere Pickerlbogen. Der gehört auf dieses Top-Lifting-System da drauf. Das habe ich mir gespart. Weil grau auf grau zu kleben ist irgendwie... Ja. Ja. Das macht dann keinen Sinn. Genau. Ja. Also die Aufbauten sind sehr filigran. Es ist wirklich ein Display-Modell. Man kann es hinstellen und es schön finden. Okay. Wenn man Platz dafür hat. Ja. Also das Ganze ist doch über 60 cm lang insgesamt. Gut. Das Vorbild ist, wenn man die volle Ausdehnung nimmt. Also der Rumpf ist irgendwas bei 380 Metern mit hinten dran. Und es kann vorne auch noch so einen Gitter-Mast haben für die Rohrverlegung. Dann sind wir bei 470 Metern. Also das ist wirklich ein Otto. Ja. Das macht sich auch in der Vitrine, die ich nicht habe. Für solche Größen. Ja klar. Da habe ich wieder mein Problem. Das ist bei mir oft bei Slubbern. Die bringen ein Display-Modell raus, wo ich mir denke, für ein Display-Modell ist es aber nicht gut genug irgendwo. Ich weiß es nicht. Auch hier würde mir dann irgendetwas fehlen für ein Display-Modell. Der Maßstab ist ja auch ein Problem. Also. Im Wahrheit, wenn man das, ich habe es versucht ein bisschen umzureden. Es ist vom Maßstab her nicht ganz proportional. Das muss man sagen. Also so von der Länge her in etwa 1 zu 600. Die Breite spielt da nicht mehr ganz mit. Also das heißt, wir hätten von einer Figurengröße von 2 bis 3 mm, sage ich einmal. Okay. Also da ist der Detailgrad von Glenbausteinen halt enden vollend. Also man müsste hier vielleicht mit Lotssteinen aufbauen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nur, ja. Wenn ich mir das nicht anschaue, das schaut für mich eher so aus, als wäre das ein Spielset. Wo die Kinder schön Spaß haben und spielen können. Weil es ist ja auch zumindest, der Unterbau ist relativ verbust. Das tut ja auch. Aber dem ist halt dann auch nicht so. Man muss wissen, wo man es angreift. Sagen wir es mal so. Bevor wir hier angefangen haben, musste ich es wieder instand setzen. Weil allein die Autofahrt hierher hat schon dafür gesorgt, dass das Deck geräumt war. Okay. Super. Da vorne diese weißen, was auch immer das sind. Ja, das ist das Top-Leveling-System. Also das Top kommt vom Top der Bohrinsel. Also der hebt sozusagen wirklich den ganzen Kasten oben auf. Ja, also nochmal, dass man es sich vorstellen kann. Also diese grauen Elemente hier. Wir kippen es vielleicht ein bisschen auf. So dass man es besser sieht. Ja, ja. Oh, ich baue mal den Kran weg. Diese grauen Elemente, die können ein- und ausfahren. Und die werden weggefahren. Dann fährt das Schiff um die Bohrinsel herum. Also die Bohrinsel ist hier in der Mitte. Und dann wird das wieder hineingefahren und wird mit diesen Stempeln hier hochgehoben. Was kann er? Ich glaube, irgendwas so drei Meter oder so kann er das hochheben. Das Spannende dabei ist, es ist zugelassen für Dienst bis zu dreieinhalb Meter Wellengang. Und es kann aber die Bohrinsel stabil halten. Also das heißt, da ist ein, wie soll ich sagen, ein Regelungssystem drinnen. Dass die Bohrinsel gerade hält, obwohl das Schiff drunter rauf und runter fährt. Also das ist wirklich beeindruckend. Man sieht das auf einigen Videos auf der Webseite auch. Wie diese Elemente, diese Hydraulikelemente hier, das ausgleichen und gleichzeitig trotzdem hinauf und runter. Das ist maschinenbaulich unglaublich. Ja, das glaube ich. Das war in dem Fall auch notwendig. Weil wenn so eine Ölplattform mal zum Rutschen beginnt, dann ist das Ende Gelände. Genau, richtig. Diese Polster oder wie auch immer, die sind einfach nur draufgelegt. Die sind nur draufgelegt. Und die Pins, die sie halten sollen, sind... Das einzige Bemerkenswerte an diesen Pins ist, oder an diesem Set generell, Lego hörst du zu. Die Pins sind immer in der Farbe, wie sie dort gerade passen. Also es gibt weiße Pins, wo man es weiß braucht. Es gibt rote Pins, wo man es rot braucht. Das ist cool. Das passt. Allerdings halten es halt nix. Allerdings halten es nix. Ja, das Lufan hörst du zu. Ja, wie man es macht, ist falsch. Genau. Also das ist eher super optimal. Ansonsten gab es noch irgendwo Schwächen oder Stärken? Ja, diese angedeuteten Schrauben, von denen es eine Menge gibt, die gehören da unten irgendwo hin. Ja. Die gebe ich nicht einmal drauf, wenn ich sie irgendwo hinstelle. Weil nur das hinstellt rufft sie schon runter. Also das ist jetzt nicht so. Ich finde schon, dass es erstaunlich nahe optisch vom Original ist. Also wenn man jetzt sich Bilder anschaut, man erkennt es natürlich sofort wieder. Klar, auch die Rumpfform ist ikonisch. Aber auch so, auch die Details, diese einzelnen Kräne. Also es hat ja einen Haufen Kräne noch drauf. Weil es ja nicht so viele Bohrplattformen gibt. Wie gesagt, verbringt es ja auch sehr viel Zeit mit Rohr verlegen. Dazu ist hier im Rumpf, das ist leider nicht nachgebaut, sondern der Rumpf ist einfach hohl, eine riesen Pipeline-Station, in der man schweißen kann. Da würde aber hier vorne noch ein Gittermast eingebaut werden, der die Rohre runterlässt. Also bis zu vier Kilometer Tiefe kann das Rohre verlegen und hält die Rohre halt über diese lange Distanz, weil das Rohr hängt dann so runter, hält das schief. Also 2000 Tonnen, dieser S-Lay-Tension, wie es so schön heißt, weil das so eine S-Kurve macht. Hält das schief und damit ist es auch Weltrekordhalter im Moment. Wahnsinn. Und diese Kräne, ich meine, wir reden hier von so Kränchen, ja, also so 5000 Tonnen Kran und 600 Tonnen Kran und so. Also Kleinigkeiten. Das haut man halt, ne? Richtig. Das haut man halt. Naja, es sind schon Teile, die sich abbauen, teilweise auch. Also zum Beispiel so Verbindungsbrücken von Bohrplattformen und so weiter, die werden dann mit dem abgehoben, die stellt er sich halt mal so aufs Deck, ist ja ein bisschen Platz da und fährt dann nach Hause. Also man muss es sich mal angeschaut haben, also wenn das Thema interessiert, empfehle ich die Webseite von Allsees, sich dort mal so ein Video anzuschauen, wie dieses Schiff operiert, es ist beeindruckend. Ich habe ein bisschen Maschinenbau-Historie in meiner Ausbildung und deswegen spielt mich das natürlich noch mehr an. Das ist ganz klar. So, jetzt quasi allgemein gesprochen, der Bau, wie war der für dich jetzt? Der Gleisterteil war gut, der zweite vielleicht nicht so, aber jetzt quasi als Konklusion? Ich habe es aufgehoben für etwas Spezielleres, sage ich einmal. Also es war jetzt nicht so eine Zwischendurchgeschichte. Ich habe dann an einem See gebaut, ein bisschen ein Connect dazu sozusagen. Sehr entspannt, meine Kinder haben ein bisschen mitgeholfen am Anfang, dann war es ihnen zu eintönig, verstehe ich ja. Also der Rumpf ist natürlich jetzt nicht die spannende Geschichte zum Bauen. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden damit, weil die Zugänge teilweise interessant sind und einmal ein bisschen anders. Also ich meine, wenn man jetzt lange Lego gebaut hat, dann kennt man diese Anleitungen, die einen halt immer ein Schritt ein Schritt. Hier hat man halt durchaus 70 Teile mal in einem Bauschritt. Und was auch sehr spannend ist, also mal abgesehen davon, dass man eine gute Brille braucht für die ersten Teile der Anleitung. Beim zweiten Teil der Anleitung, diese Elemente, das wird in Modulen gebaut. Und da sind große Grundplatten eigentlich darunter. Und jedes Modul wird aber extra in der Anleitung gebaut. Und man sieht das Nebenmodul nicht. Also das heißt, man baut das dann hin und denkt sich, okay, Moment, aber müsste da nicht eigentlich schon was vom... Also irgendwie, man tut die Position ein bisschen schwer. Ist aber auch spannend. Ich meine, das schaut irgendwie aus, als hätten das fünf verschiedene Designer dann und jeder hat dann seins hineinkopiert in die Anleitung. Ja, das weiß man bei Slowman müsste. Ja, das kann alles sein bei denen. Mein Lieblingstrivia zu dem Schiff ist ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass bei der... Sie haben natürlich das zulassen müssen, das Ganze. Und da gibt es anscheinend sehr viele verschiedene Zulassungsgebiete. Also wenn die in Skandinavien unterwegs sind, andere als wenn die irgendwann in der Südsee unterwegs sind. Und sie haben sehr viel Wert darauf gelegt, das nach norwegischen Regeln zu bauen. Weil die anscheinend sehr strenge Sicherheitsregeln und so weiter haben. Und die schreiben halt eben vor, dass die Kräne noch einmal besonders Sicherheitstechnik und so weiter haben müssen. Aber sie schreiben auch vor, dass es eine Bordsauna geben muss. Ah ja. Das ist wichtig. Übrigens, die Bordsauna wahrscheinlich nicht nur eine. Schätz mal, wie viele Leute gehen da draus? Auf dem Schiff? Ja. Keine Ahnung. Ich kann nur verlieren bei seiner Frage 1000. Das ist ein bisschen rockiger. Für 570 hat es Betten. Wobei die 1000 vielleicht gar nicht so weit gegriffen sind, weil sie, wenn sie arbeiten, arbeiten sie ja im 24 Stunden Schichtbetrieb. Also es kann durchaus sein wie auf einem U-Boot, dass da eine Koje zwei-, dreimal belegt ist. Kann durchaus sein. Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht sind auch die Niederländer da nicht so barbarisch und gönnen jedem ein eigenes Bett. Das ist nicht notwendig. Ich meine, das ist ein harter Job. Da muss man sich auch mal ein Bett drehen können. Für keine Kreuzfahrt. Nein. Absolut nicht. Vielleicht streben wir das Schiff. Ja genau. Dann machen wir mal die Wäscheständer da sehen oder so sonst. Ja, also wie gesagt, da sind eine Menge Kräne am Deck, die halt für kleinere Hebearbeiten gedacht sind. Und vor allem eben diese hier sind vor allem für das Heben von den Rohren auf das Schiff gedacht. Und eben auch dieser Portalkrank hier, den sollte man bewegen können. Aber hier war der eine kaputte Teil dann leider schlagend. Bei diesem Technikteil, der so zwei Richtungen hat, da ist witzigerweise die Kreuzachse, das Loch für die Kreuzachse ist um 30 Grad verdreht. Wie das Produktionstechnisch schief gehen hat können, erschließt sich mir nicht. Aber okay, es ist so. Dementsprechend ist das bei mir ziemlich unter Spannung. Ich hatte jetzt keinen passenden Reisen, mit dem ich das ersetzen konnte. Schaut das jetzt alles ein bisschen schief aus hier. Aber im Prinzip, wenn es denn... Ich habe es mal einmal kurz ausgetauscht oder einfach weggelassen. Man kann es nur noch wirklich schieben. Also es hätte Spielfeature. Ja, immerhin. Immerhin. Da sind wir wieder bei dem Hybrid bei Slowbahn. Genau. Ein bisschen kann man spielen, ein bisschen kann man es sich schön anschauen. Was wird das dann für dich sein, für eine Verwendung? Weil Display hast du gesagt eher nicht. Nein, ich schaue mal. Also ich habe ein anderes Display, das ich habe. Meine Kirche von TIGAU, die wurde mir auch schon abgenommen, sozusagen. Die freut sich meine Mutter, dass sie bei ihr steht. Hat das als Beleuchtung, dass ich zu Hause stehen. Vielleicht gibt es ja Interesse. Ich muss mal schauen, ob ich es bei mir in der Schule einmal herzeigen kann, weil es ja doch ein spannendes Thema ist. Wo man eben sehr viel über Hydraulik reden kann, über Schiffstechnik reden kann, über Fördertechnik reden kann. Also da gibt es sicher den einen oder anderen Kollegen, der das vielleicht einmal herzeigen will. Dann werde ich es vermutlich eher zerlegen. Also Teilespender. Teilespender. Ja, wie gesagt, schöne große grüne Platten, die halten auch was. Weiße Bricks. So schwarze Panels. Panels ohne Ende. Das hat man hier auf beiden Seiten. Damit kann man schon was anfangen. Und die Technikteile sind auch durchaus witzig. Die haben ein bisschen eine andere Form. Das wird vermutlich irgendwelche lizenzrechtlichen Gründe haben. Die bringen durchaus ein bisschen gestalterisches Leben hinein. Auch bei den Technikteilen. Wo ist mein Lieblingsteil? Wollen wir mal schauen. Der schaut nämlich... Der passt so gut zum Schiff. Sie haben ihn leider da irgendwo eingebaut. Wollen wir schauen. Der schaut mir aus wie ein bisschen wie ein Poller zum Festmachen von einem Schiff. Ah ok. Immer mal suchen da irgendwo da ein Kram. Ich baue den Kram einmal kurz ab. Ja, ansonsten? Ja, die... Wenn es nur irgendwo Glamkraft kam, dann ist das bei den Karlsachsen. Ah ja. Also das ist mein favorite Teil hier sozusagen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja. Mal schauen, ob ich das... Genau. Du hast da mehr Erfahrung mit deiner Kamera, oder? Genau. Und der... Für sich optisch funktioniert einfach, ja. Ja. Ich meine, ist natürlich einfach ein 1x2 Kreuzachsen Brick, aber... Ja. Funktioniert einfach. Kurzum, ähm... Den Kauf hast du nicht bereut? Nein, habe ich absolut nicht bereut. Vor allem der Bau war doch über ein paar Stunden, sage ich einmal. Also meine Umgebung habe ich ein bisschen verwundert damit. Die haben nicht wirklich einen Bezug zu alten Männern, die mit Klemmbausteinen spielen. Ja, das wäre ich so oft. Das ist unglaublich. Ja, aber... Wir waren dann doch recht interessiert, weil ich habe das in einem Setting gemacht, wo durchaus Schiffsliebhaber auch dabei waren. Wir waren dann auch recht interessiert. Was ist denn das? Ja. Ja. Man merkt es ja auch bei uns, das bietet schon auch dann Platz, dass man darüber redet. Weil es ist ja beeindruckend. Also das wahre Vorbild ist ja wirklich beeindruckend. Da kann man ja wirklich lange darüber reden. Vor allem, wenn man wirklich schiffaffin ist, schiffaffin oder eben Maschinenbau in der Richtung ist. Ich kannte das Ding vorher nicht. Okay. Also ich habe ja das Set gesehen und habe gedacht, wow, was ist das? Was hat sich diese Firma da ausgedacht für ein Schiff? Dann habe ich ein bisschen nachgeschaut und das gibt es ja wirklich. Ja. Und dann ist man beeindruckt. Spätestens dann ist man wirklich beeindruckt von dem. Man hat also auch einen Bildungsauftrag in der Klemmbausteinwelt. Das ist schön. Absolut. So soll es ja sein. So kann man es machen. Auch wenn man es mit Kindern macht, wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt das Set, das mit Kindern einen großen Spaß macht, weil natürlich, wenn sie helfen wollen, jetzt da zusammenbauen und dann greifen sie das an und das fällt wieder runter. Ist jetzt nicht ideal, sag ich mal, aber trotzdem. Sie zeigen ihr Interesse und sagen, was ist denn das und warum schaut das so aus? Ja, man macht etwas mit den Kindern. Das ist schon mal gut. Man kann auch ein bisschen ihnen etwas beibringen. Einfach spielerisch. Das ist super. Und vielleicht sehen sie irgendwann einmal dann eine Doku mit dem Schiff und dann denken, Hey Papa, schau, das haben wir ja gebaut. Und dann hat man sie. Dann hat man sie genau dort, wo sie hin sollen. Interessiert. Sie wollen sich selber irgendwie weiterbilden. Also passt doch. Ja. Gibt es noch etwas, was du uns sagen möchtest? Vielleicht noch so zum drüberstreuen. Zum drüberstreuen. Ja, noch ein letztes Trieb ja vielleicht. Das Ding ist gebaut worden. Man muss sich ja vorstellen, allein der Stahl dafür benötigt wird. Und wie gesagt, angefangen hat das Ganze. Ich glaube, die Idee hatte der Gründer von der Firma irgendwann so 1986 oder so. 2000 hat man dann begonnen zu starten, diese Registrierung und diese Zulassung. Und hat dann 2011 zu bauen begonnen. Also ein wahnsinniger Zeitraum. 2014 ist dann fertig. So, nichtsdestotrotz, während des Baus sind sie draufgekommen, ups, das Ding ist zu schmal. Und haben es in der Mitte wieder auseinander geschnitten, um dort sieben Meter einzusetzen. Wow. Haben einen Streifen gebaut in der Mitte und haben es wieder zusammengeschlossen. Also, Projektmanagement at its best, könnte man sagen. Locker Pfusch, das ist ja unglaublich. Unglaublich, was das gekostet haben muss. Allein diese Änderung dann auch. Ja, das Ding an sich hat sicher ein paar Milliarden gekostet. Das kann ich nicht sagen. Das ist vielleicht die einzige Information, über die sich Olsis ausschweigt. Ich bin mal auf Wikipedia war da eine Summe, aber optisch stimmt. Also ich glaube, so was kann man nicht wirklich einem Preispickerl verpassen. Aber immerhin haben sie es geschafft. Ja, ja. Und ich meine besser, sie sind im Dienst und dann schneiden sie es wieder auseinander. Ja, aber solche Fehler gibt es. Es gibt ja auch Brücken, wo sie auf zwei Seiten anfangen zu bauen und dann kommen sie nicht zusammen. Soll es geben, habe ich gehört. Vor allem in Asien passiert das mitunter. Ja, das ist meistens sehr letal für den Design. Ja, das stimmt. Der und seine Familie haben dann ein bisschen am Urlaub. Ja, und Kasernen, die keine Klos haben und so. Komm mal vor! Das passiert. Das ist ein ganz eigenes Lebensgefühl. Muss man einfach wissen. Gut, vielen Dank, dass du uns das Set vorgestellt hast. Ich fand das super interessant. Ich sehe das jetzt mal in echt und das war immer eines dieser Sets, die ich gerne mal sehen wollte. Weil das ist für Sluman sehr außergewöhnlich. Wäre toll, wenn Kobi sowas machen würde. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Wenn Kobi so ein Set bringen würde, das wäre fantastisch. Dann möchte ich aber den Bauteilehammer von Moldking dazu haben. Ja, das wird dann wirklich ein Klopper. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja. Aber auch für Kobi wäre das außergewöhnlich und für Sluman ist es noch dreimal außergewöhnlich. Ich weiß nicht, wie diese Zusammenarbeit mit All Seas zusammen kam, aber macht ja nichts. Wir sind da jetzt die Nutznießer davon. Ja, das liest man nicht drüber. Also es ist zwar ein Special bei Sluman, aber es ist jetzt nicht, dass man sieht, ja, Lizenz oder irgend sowas liest man nicht. Ich meine, ganz unglücklich dürfen sie nicht sein. Nein. Ich glaube, irgendwo bei All Seas habe ich mal auf irgendeiner Webseite auch gesehen, dass sie es sogar verlinkt haben. Ah, okay. Ja, da sind da recht gechillt. Ja, ja. Und wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, der sich ein bisschen für Schiefe interessiert, geht's auf die Webseite, schaut euch mal ein Video an von diesem Schiefe. Es ist beeindruckend. Ich werde da gerne einen Link unten reinsetzen ins Video. Ja, vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast. Wenn es Fragen gibt an Robots and Bricks, dann schreibt sie in den Kommentaren. Er wird die dann gerne beantworten. Oder vielleicht auch ich. Wenn ihr das schon mal gebaut habt, die 1, 2, 3 Leute weltweit, dann schreibt rein, wie war es für euch? Könnt ihr die Meinungen teilen oder habt ihr eine andere Erfahrung? Vor allem eine Selbsthilfegruppe. Ja, genau. Und ja, ich würde sagen, wir verbleiben. Auf den nächsten Besuch freue ich mich gerne. Du bist jederzeit willkommen. Das weißt du eh. Ich komme immer gerne vorbei. Ja, das... Tick, tick. Nein, ich freue mich über jeden Gast. Das ist einfach so. Und auch über jeden Kunden. Das ist ja noch quasi mein Extra. Ja, das ist eh ein bisschen fatal. Ich habe das ja zu meinem letzten Geburtstag entdeckt. Dieses Fachgeschäft. Und das hat mich ein bisschen wieder aus meine Dark Ages gerissen. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres, ja. Gibt Schlimmeres, ja. Also, passt doch. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße. Euer Michael. Als ich das letzte Mal sehe. Ich habe einen jeden Seiten.